Hänel Rotomat Bürolift – Vorteile, die überzeugen Das Funktionsprinzip des Hänel Rotomat Bürolift. Der Rotomat Bürolift ist nach der bewährten Umlaufregaltechnik konstruiert, das heißt Akten zur Bedienperson und nicht umgekehrt. Mit dem Rotomat kommt jede gewünschte Akte, Karteikarte oder Ordner auf Knopfdruck automatisch in ergonomische Entnahmehöhe. Hänel Rotomat Bürolift – das optimale Ablagesystem für Büro und Verwaltung. Rationalisierung, Kostensenkung, Effektivität – das sind Forderungen, die eine moderne Büroorganisation erfüllen muss. Mit dem Hänel Rotomat bieten wir Ihnen ein flexibles Organisations- und Ablagesystem, das sich optimal Ihren Bedürfnissen anpasst. Durch die kompakte Bauweise kann auf engstem Raum bei Ausnutzung der vorhandenen Raumhöhe bis zu 60% mehr an Ablagekapazität geschaffen werden. Die leistungsfähigen Hänel Mikroprozessorsteuerungen bieten die Möglichkeit, den Rotomat direkt mit Ihrem EDV-System zu vernetzen. Das ist Büroorganisation, die so selbstverständlich sein sollte wie der Computer am Arbeitsplatz. Ob Mappe, Karte oder Ordner – der Hänel Rotomat hält Ordnung.